Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kapitän, während viele ihr Handeln als heldenhaft ansehen, bezeichnen es einige andere als Selbstjustiz. Sie haben mit unbegrenzter Macht und ohne Befugnis agiert. Das kann die Welt nicht länger tolerieren. Ich weiß, wie viel Backe dir bedeutet. Halt dich da raus, bitte. Aber es ist nur noch schlimmer. Weißt du, dass du mich verhaften? Das wird es Konsequenzen haben. Captain, du bist so defensiv. Naja, es war ein langer Tag. Akzeptieren wir keine Grenzen? Sind wir nicht besser als die Bösen? Da bin ich anderer Meinung. Manchmal würde ich dir gerne deine perfekten Zähne ausschneiden. Ich will nur sicherstellen, dass wir alle mit Richter hätten durchgeschmiert haben. Die Leute, die auf dich schießen, schießen am Ende meistens noch auf mich. Du weißt, was passieren wird. Ist das wirklich auf die Harte tun? Was machen wir? Wir kämpfen. Tut mir leid, Tony. Du weißt, ich würde das nicht tun, wenn ich eine Wahl hätte. Aber er ist mein Freund. Das mache ich auch. Der erste Avenger. Sivivor. 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 Also. Sivivor.